hallo ich meine freunde herzlich willkommen zu einem weiteren folge von world of tanks genau von einem weiteren folge wird oft hanks das ist jetzt so ein kampagnen spiel für mich so also ich kann ihnen das spiel mir auch spaß einfach mal so ein bisschen nein weil wir nicht wollen wir auch nicht ja wohl nein wir wollen garage wollen da oben erforschen dann haben wir das haben wir hierhin oh gott hier müssen wir machen wir das machen haben wir davon was ja da haben wir glaube ich was kann ich machen haben wir besseres gehäuse ja gut ich würde sagen machen das hier auch gleich mit die funkgeräte machen wie gleich wie sagen so dass jeden einmal level kurz komplett das geschützt auch bitte weil das geschützt ist dann hoffentlich besser tauschen ja tauschen wir leider muss sein kaufen das geschützt ist dann aber noch viel besser jetzt 50 ja das ist scheiße wo wir uns in den oder den hier ich gehe ich zurück hallo also dann gehen wir den hier ja ich würde sagen gehen dann hoch welcher war das welchen habe ich jetzt aufgetunet aber ich weiß gar nicht was der oder was im 3 das war der m3 auf jeden fall wir machen jetzt erst mal die aprica das war der m3 genau feuer rate bla 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 reparatur ist das hier wollen wir uns sie haben wir sagen dass ich jetzt dazu abwenden ähm ja da würde ich sagen aufträge einmal reingucken aufträge ja blablabla achte scheiße sehr viel täglich irgendwas abgeschlossen jawohl ja gut sonst verstehe ich nicht machen wir mal ein gefecht zufällig mal gucken mit wem wir auch schwere panzer ich bin glaube ich leichter oder jagd panzer oder ein leichter panzer ich weiß gar nicht was ich wo ich eingeordnet bin vielleicht ein panzer oder ein jagd panzer also mittel panzer bin ich noch nicht schwerer bin ich auch noch nicht auch keine ahnung mal schauen wo ich da reingewürfelt werde ich hoffe auf jeden fall es wird ein gutes gefächter ich brauche punkte ich habe nicht viel geld und ich brauche geld in jedem spiel werden uns auch nichts kaufen muss das alles auch spielen gut und leger kein pay to win machen das oder wenn ich hätte sein ah sooo was hab ich hier denn spiel nein nur level 1 würde ich sagen ähm ja die sind auf jeden fall jetzt nicht gefächten wir machen nur in einem Video mal so 2 gekückeln und dann jetzt ein bisschen das dringere jetzt glaube ich aber sonst ich war rein in diese Stadt und da kommen wir mal 2 ich weiß nicht was das ist aber nicht ganz böse Ganz, 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 gewöhnt, boah, scheiße. Mensch, das ist das denn. Digga, wo trifft der mich denn? Äh, what the boat? Gut. Also, ich würde nur sagen, ey, das ist für alle. Das war eine schnelle Runde. Das war eine schnelle Runde. Gut, aber naja, man übt ja fleißig. Naja, mehr oder weniger. Ähm, ja, der ist erstmal gesperrt, machen wir erstmal mit dem deutschen Panzer. Was gibt's denn hier noch? Ähm, Teamübung, übung, ach, so ein Gelände. Abgeschlossen. Machen wir mal Übung. Nein, 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 nein. Machen wir zufällig, oder? Machen wir das hier? Das ist ein Gefecht, das ist ein Mensch. Machen wir das hier. Machen wir das hier. Digga, ein bisschen mehr, also wenn ich verkacke, dann machen wir immer drei. Außer ich verkackt noch mal, dann machen wir vier. Das ist so hoch, so ist der Plan. Ähm, ja, was zähle ich eigentlich? Ihre Wahl ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, wir gucken einfach mal, wo das hinführt. Ich will, ich werde jetzt auf einmal viele Videos machen. 10 kommen heute, ist der Plan. Ist der Plan auf jeden Fall, dass 10 heute kommen und, ja, mal schauen, was sind die Tage passiert. Auf jeden Fall, ich werde das jetzt machen, wie ich meine Konsole habe wieder. Und dann kann ich das auch über Konsole machen, aber Konsole, das ist total scheiße. Gar nicht cool. Okay. Okay, das sieht auf jeden Fall schon stabiler aus. Okay, okay, Leute, jetzt geht's dran. Wir haben, wir haben auf jeden Fall, äh, schwere Panzer. Zwei Stunden, ganz schwere Panzer. Und, äh, der sei in dem Plan. So, aber da. Ich werde bestimmt jetzt direkt als erstes wieder abgeschneiden. Es sieht aber nicht schlecht aus, für meinen, für die Schmerz. Wir fahren mal so, Landschaften haben wir gesagt. Als ob wir nicht spazieren würden. Ja. I got it. Power, yeah. Oh yeah. Na mal. Ja. Best time, oh yeah. Ja. So. Einmal die Korre, fast speed. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Wieso fahre ich dann reinstecken hier lang? Das ist nicht gut. Das ist eigentlich nicht vor uns. Ich hoffe, ich bin jetzt mit dem Panzer weimann. Ich hab so'n ganz blödes Gefühl. Irgendwas piept hier. Die haben auf jeden Fall ein. Ein, zwei. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht mit dem Tier vor allem für euch. Ich bin nicht, ich bin nicht. Komm, 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 komm. Ich bin gleich nochmal bei der Basis. Schluss. Ja. Ach du Scheiße, Mama mia. Mama mia. Komm, 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 komm. Ah, 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 ah. Efe. Ja, und wo noch? SOS. SOS. Weiter. Oh, Scheiße. Ich, ich gehe nö. Nicht mit mir. Geht irgendwo da, ne? Der ging voll durch ihre Panzerung Oh, 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 oh Hä, warum?